Ich höre den Herrn sagen, dass wir heute Abend beten sollen für jemanden, der in seinem Leben wenig Freude hat und keine Begeisterung aufbringen kann für irgendwas. Ich spüre, dass es da eine Kraft gibt, die jetzt auf dich kommt. Weißt du, in der Bibel heisst es, dass die Freude des Herrn unsere Stärke ist. Und ich fühle, dass unter dieser Atmosphäre jetzt, in dieser manifestierten Herrlichkeit Gottes, dass Gott jemanden wiederherstellen möchte, wo trocken, wo alles dürr war, wo keine Freude war. Wo keine Begeisterung war. Und ich glaube, dass Gott jemanden wiederherstellen möchte. Ich spüre aber auch, es gibt jemanden, du kämpfst mit der Sünde. Du hast wirklich Mühe mit der Sünde. Du bist ein guter Mensch. Und du liebst den Herrn. Doch du hast immer diese Herausforderung, dass du Sachen tust, die du nicht tun willst. Und ich fühle, wie es heute Abend eine Salbung gibt, um alle Sündhaftigkeit aufzuhalten. Ganz besonders für die, die mit Abhängigkeit zu tun haben. Ich spüre die Kraft Gottes. Wir möchten Gott glauben, dass Gott diese Schwierigkeiten, diese Kämpfe wegwischen wird. Weil wenn seine Herrlichkeit kommt, bringt die auch Gnade mit sich. Schau dir mal all die Mängel an von Mose. Aber als die Herrlichkeit kam, hat Gott ihn auf die nächste Ebene gehoben. Und dann hörte ich den Herrn auch sagen, dass jemand heute zuschaut. Du fühlst dich nicht erfüllt im Leben. Und ich hörte den Herrn sagen, dass wir für dich beten sollen. Es ist so, egal wo gerade du im Leben bist, egal in welchem Land du bist, egal wie still, wie ruhig, wie friedlich deine Ehe sein mag, du hast dennoch dieses Gefühl, dass du einfach nicht erfüllt bist. Und der Herr sagte mir, dass das ein Geist ist. Und dass wir diesen Geist austreiben, weil wie kannst du Gott verherrlichen, wenn du dich gar nicht erfüllt fühlst. Ich spüre, dass der Herr möchte, dass wir für dich beten. Weil es wird sich etwas verschieben. Und dann höre ich, es ist da noch jemand. Du arbeitest einfach, damit du gearbeitet hast. Du gehst zur Arbeit, weil du halt arbeiten musst, um in die Gesellschaft zu passen. Aber ich möchte, dass du weißt, das, was du tust, ist nicht Arbeit. Das, was du tust, ist einfach ein Job. Es gibt einen Unterschied zwischen Arbeit und Job. Als jemand, der einfach eine Aufgabe tut, bekommt Geld dafür, und dann war es das. Aber jemand, der arbeitet, da heißt es in der Bibel, dass ich die Arbeit oder das Werk deiner Hände segnen werde und nicht einfach die Aufgabe deiner Hände. Die Person, die arbeitet, du bist erfüllt. Du hast einen Grund, jeden Tag aufzustehen. Vor wenigen Jahren habe ich ein Buch geschrieben die 31 Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben. Und in dem Buch habe ich erklärt, was der Unterschied ist zwischen einfach diesem Job und der Arbeit. Und ich habe erklärt, dass Gott möchte, dass wir arbeiten. Er hat uns auf diesen Planeten gesetzt, damit wir bebauen und damit er dann das Werk, die Arbeit, unser Händewerk segnen kann. Falls du das bist, der sich müde fühlt, und du hast das Gefühl, dass du immer einfach zur Arbeit gehen musst, aber du freust dich überhaupt nicht drauf. Du schaust uns zu und du fühlst dich festgefahren. Du hast das Gefühl, es bewegt sich nichts vorwärts. Da fühle ich in meinem Geist, dass dies dein Tag ist. Wir möchten uns mit dir eins machen. Noch einmal, Stagnation ist ein Geist. Und wir werden beten und diesen Geist brechen. Wenn Gott das Werk unserer Hände gesegnet hat, dann werden wir etwas tun. Und es wird dann ein Zeichen geben, dass das beweist. Jetzt möchte ich, dass du weißt, jemand, der heute zuschaut, deine Zeit der Stagnation ist zu Ende. Es geht jetzt vorwärts. Wir beten in Jesu Namen für die Salbung, die heilt und befreit. Lass diese Salbung komplette Heilung bewirken. Im Namen Jesu. Und wir erklären und erklären, dass dies alles in deiner Ehre enden. In Jesu Namen. Danke für deine Heilung. In Jesu mächtigem Namen. Amen.